Liebe Gelsenkirchenerinnen, lieber Gelsenkirchener, am 25. Mai haben Sie es in der Hand. Am 25. Mai finden die Wahlen zum Europäischen Parlament, zum Oberbürgermeister der Stadt Gelsenkirchen, die Wahl zum Rat der Stadt Gelsenkirchen, zu Ihrer Bezirksvertretung und auch zum Integrationsrat für die Stadt Gelsenkirchen statt. Meine dringende Bitte an Sie, bitte gehen Sie wählen. Es kommt bei dieser Wahl auf jede Stimme an. Insbesondere bei der Vielzahl der Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien brauchen wir am 25. Mai klare Verhältnisse. Letztendlich geht es um die Zukunft der Stadt Gelsenkirchen, unserer gemeinsamen Stadt Gelsenkirchen. Darum bitte ich Sie und bitte erzählen Sie es auch weiter. Verwandten, Bekannten am 25. Mai bitte wählen.